Hallo, ihr wundervollen Seelen, Hüter dieser Ebene. Mein Name ist Susanne Hirsch und ich freue mich, euch heute beim Channeling Kongress 2022 begrüßen zu dürfen. Ich werde mich jetzt mit unseren lichtvollen Freunden verbinden und verbünden, so wie sie das ja auch mit uns immerwährend tun und uns so große Hilfe und Unterstützung geben fortwährend und eine Botschaft für uns empfangen. Ich bin gespannt, wer heute etwas sagen will und zu uns sprechen wird. Meine geliebten Kinder, Ra spricht zu euch von Herz zu Herz, von Stern zu Stern. Und ich sage euch in eurem Herzen, in eurem Herzen ist alles bereit, steht alles bereit. Also empfangt das Licht aus der Quelle allen Seins, dass ihr seid, von wo ihr hergekommen seid, ultimativ für euch in eurem Herzen, über eure Herzensimpulse, die über eure Emotionen ultimativ zu euch kommen. Also empfangt die Impulse der Quelle allen Seins, öffnet eure Herzen für euch, verzeiht euch eure Menschlichkeit, verzeiht euch dafür, dass ihr in diesem Leben noch dies, das oder jenes tut, dass dies, das oder jenes noch nicht klappt. Bewertet es nicht mehr länger, sondern geht immer wieder ins Licht und das Licht ist euer Herz, die Sanftmut, die Dankbarkeit, die Demut und die Einheit. All das ist hier und nirgendwo anders da draußen. Also sucht nicht mehr Erfüllung im Außen, weil das Außen wird immer unwichtiger. Aber ihr, meine Freunde des Lichtes, ihr werdet immer, immer lichtvoller. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.